Was ist das für ein Gefühl, als Mensch aufzuwachen, in einem Körper, wer wacht da auf? Ja, ich natürlich. Ich bin wach. So viel Wachheit. Ich will gleich wieder einschlafen. In das tiefe Nichts der traumlosen Ewigkeit. Doch ich bin wach. Das Licht leuchtet mir in die freundliche Gesichtshälfte. Was ist das für ein Gefühl, sich als Mensch zu fühlen? Mit diesen ganzen Strukturen. Ein Nervensystem. Organe, die einfach organisieren, die sich organisiert haben. Verwandtschaft. Verwandtschaft. Die Erfahrung, ein Mensch zu sein, macht dich noch lange nicht zu einem Menschen. Die Erfahrung, ein Mensch zu sein. Wer hat den? Ja, ich. Ja, und wer bist du? Ja, wer bin ich? Ich bin ich. Weil ich ich bin, ist ich ein Mensch. Im Mensch, da ist ein Ich, der sagt, das bin ich. Ich bin das. Ich bin, ich bin, das Ich im Menschen. Ich bin, das Ich im Menschen. Ich bin, das Ich im Menschen. Dass ich im Menschen bin, bin nur ich. Ich kann es allein. Ich bin, das Ich im Menschen. Ich los ich kite. Wackel, wackel, dackel, Ich los ich kite. Ja, wackel, wackel, dackel, Ich los ich kite.